also die tech die teckte als die kämpfe sind schon ganz schön taktisch und fordernd also das ist nichts was man in zwei sekunden beherrscht wo sind wir denn jetzt was ist das hier okay 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 lauf einfach durch lauf einfach durch ne toller tipp das war ja ein tipp lauf einfach durch war das war nur eine krähe eine helle bade hat er oh scheiße nicht aufgepasst so helle bade hin oder her tot ist er schied zu schnell für dich oder was so da ist nix was haben wir denn hier jump 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 wer ist das oh keiner der mir böses will ja wie stört das schon ja zeig mal was du so hast das finde ich eigentlich genug sich in mordgras heilmordgras ja ein langschwert hat er noch ein langschwert ein langschwert eine keule sperrholz schild soldatenschild sklaven schild eine armbrust auch eine leichte armbrust ja sowas haben wir irgendwie noch gar nicht holz bolzen helme ok ich werde jetzt eh nichts ausheben des 혹시 es ist ein kleines Hallo wie ein Colorado-depraved-slave die demons will snatch your soul in juckalad an und 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 zu ihren Humanitern, zu schlafen. Es ist der Ende von Great Boletaria, wie wir es wissen. Aber hell, die Demons nicht senden uns zu unseren Todes. Es ist dieser Skinny-Feller, in Fabulous-Armour, der immer mordet über eine Mission. Er ist ein anderer, der sich zu bleiben, wie sich selbst. Wahrscheinlich ein Pumperd Son, bei den looksen von seinem Attire. Ich habe einen Arm gegeben, nur für die Knöpfe von seinem Schirm. Es ist der Ende von Great Boletaria, wie wir es wissen. Aber hell, zumindest die Demons senden uns nicht zu unseren Todes in der Krieg. He 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 he. Okay, ein Händler, den, keine Ahnung, bringe ich irgendwann um. Das hat er denn mit zu gucken da. Der wackelt ja noch. Ist das Explosiv? Ist mit Sicherheit explosiv. Vorsicht vor dem Hinterhaltsfeindes. Ein Hinterhalt. Was für ein Hinterhalt. Kann ich hier runterspringen? Probieren wir nicht aus, so ein Mist. Oh, guck mal da. Habe ich mich verdrückt, aber war sogar okay. Ach. Die meinen wohl die. Wieso denn immer zwei? Nein. Ah. Ja, volle Kanne, ey. Volle Kanne. Nein, nein, nein. Nicht gut, aber egal. Die haben wir ja kaputt bekommen. Okay, die drei sind schon mal tot. Da oben ist so ein Arsch. Das war mir schon klar. Wir holen uns jetzt erstmal hin. Was ist? Okay. Keine Ahnung. Das wird der da oben sein. Ja, wo ich bringe ich jetzt um erstmal. So, auf Wiedersehen, mein Freund. Was haben wir hier? Unbekannte Soldatenseele. Da unten sind noch ganz viele. Schießt da noch einer auf uns? Das hält sich so an. Ach, scheiße. Doch nicht so einer, ey. Ah. Okay, ich hab ihn neu erwischt. Jawoll. Sehr gut. Okay, erstmal was essen. Zack. Wer schießt da die ganze Zeit? Es hat doch noch einer Pfeile geschossen. Ich hab's doch gehört. Und ich hab auch einen gesehen. Okay, da ist wieder eine Nebelwand. Du hier. Ja, klar. Tschüss. Du Swine. Zunehmender Mondgras. Okay. Ja, äh. Nee. Nee, 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 nee. Ich weiß ja nicht. Ach, da kann man runter. Okay. Okay. Was passiert mir hier? Okay, ein bisschen. Hat er mir abgezogen. Hallo? Kann ich hier. Wo kam der denn eigentlich her? Das ist der, der die ganze Zeit auf mich geschossen hat. Und hüpp. Hä? Na, ihr Schweinchen? Na komm. Euch beiden hab ich schon mal. Und euch beide. Okay. Boah, ich hatte keine Kondition mehr. Puh. Glück gehabt hat. Was? Da kann er einfach drüber laufen? Wo bin ich denn jetzt? Ach du Kacke. Haut mal auf die anderen Fässer. Da schießt einer auf uns. Das sind doch bestimmt explosive Fässer. Ja, danke. Oh, Mann. What's up, Dude? Ach. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Hier schießt schon wieder irgendeiner. Das nervt. Ich weiß nie woher die kommen. Auf jeden Fall ordentlich Zeug hier. Sichelmondmaß. Schilde. Ganz viele Sichelmond. Gräser. Gräser. So, was ist es? Der Lady. Jetzt noch du, mein Freund. Ja. Schön daneben. So, was haben wir hier? Unbekannte Heldenseele. Schön, schön. Da steht auch noch einer. Was steht da für einer? Oh, so ein fieser Ritter, ey. Oh, der hat auch noch was verloren. Gut. Gut, gut. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich hier hingekommen bin. Huch. Da kommt er schon. Da kommt er schon. Dreh dich, dreh dich. Ja, schön vorbei. Nein. Der dritte Schlag. Fuck it. So, mein Freund. Das war's mit dir. 410 Seelen. 410 Seelen. Krasser Scheiß. So, kommen wir jetzt hierher? Oder? Oh, wo sind wir denn jetzt? Ich hab total die Übersicht jetzt verloren hier. Vorao. Oha. 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 Schatz, 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 Schatz. Was? Na komm. Komm. Nein! Oh. Das explodiert bestimmt, oder? Na egal. Wow, 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 wow. Oh shit, okay. Die machen ja gar nichts. So, ich hab dir geholfen. Cool, ne? Ich bin total kolant. Was haben wir hier in der Ecke? Unbekannte Soldatenseele. Sonst liegt hier aber nichts rum. Reden wir mal mit dem. Messing Teleskop? Was ist das denn? Direkt mal gucken, was das ist. Lass dich weit in die Ferne blicken. Okay. Ja, will ich jetzt nicht benutzen. Aber, wieso nicht? Und Seelen hat man ja auch noch bekommen. Ah, da geht er lang. Gute Reise. Ich bring den mal nicht um. Ich weiß aber auch nicht. Steht da noch einer? Wie komm ich da hin? Ist hier irgendwo ein Durchgang? Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Krummsäbel. Das sieht doch gut aus. Äh, nee. Waffen. Ja, alles klar. So, Langschwert haben wir. Bastardschwert ist stärker. Krummsäbel ist genauso stark. Aber nur 45. Da, da. Aber wiegt nicht so viel. Joa, ne? Gut. Darauf geschissen. Das andere. Das Schwert ist besser. Hab ich so das Gefühl. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was mit den Zeichen ist, aber das wird schon noch. So. Ist das der, den wir gerettet haben? Wo sind wir überhaupt? Ne, da ist der, den wir gerettet haben. Aber nochmal mit dem reden. Es ist etwas, das mich anzunehmen ist. Nichtsdestotrotz, wie weit ich versuche, bleibt nur die Seelstaffung. Ah, okay. Alles Klärchen. Da liegt noch was. Puh, da hab ich jetzt ein bisschen Glück gehabt. Mit dem Schlag hab ich nicht gerechnet. Hier liegt auch noch was. Ne unbekannte Soldatenseele. Jo, 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 jo. So. Was ist denn hier? Wo wieder los? Ah, hier sind wir. Okay, dann sind wir ja wieder da, wo ich ursprünglich weitergehen wollte. Denn da oben ist ja wieder eine Nebelwand. Da wollte ich eigentlich durch. Aha, 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 aha. Genau, hier wollte ich rein. Was ist hier? Okay. Hier ist doch 100 pro ist hier irgendwas. Ach, du Scheiße, nein. Nein. Was sind das? Zwei oder was? Ach, du Kacke. Da waren ja alles Gegner. Was ist das hier? Ja, gar nichts. Das sind zwei Drachen. Da ist noch einer. Was ist mit denen? Waaah. Visier ihn doch an. Visier ihn doch an. Warum visiert er ihn nicht an? Er visiert ihn nicht an. Er hat ihn nicht anvisiert. Das finde ich ein bisschen sehr bekackt gerade mal. Komm, der nächste. Waaah. Da schießt er einfach. Wer schießt? Der schießt. Du Schweinehund, du. Alter. Da liegen Kugeln drinne. Haben die was zu sagen? Hier liegen nämlich auch Kugeln drinne, aber da passiert nix. Jetzt. Waaah. Nein. Kann man das kaputt machen? Ist hier so. Uh. Haha. Jawohl. Gib mir die Seelen. Gib mir die Seelen. Geil. Die Drachen sind gar nicht geil. Das war super geil, aber die Drachen, das gefällt mir überhaupt nicht. So. Boah, wie viele Gegner hier waren. Bolzen bekommen. Schön. Wir haben nicht mal einen Bogen. Aber wir haben Bolzen. Was ist da? Vorsicht vor den Fallen weiter vorne. Nein, ey. Keine Fallen jetzt hier. Was sind für Fallen? Was ist mein... Oh. Ja. Ist klar, ne. Ist klar. Komm her, du. Ah. Ich kotze mich nicht an, ey. Ja. Komm. So, wir gehen jetzt hier in den schmalen Gang rein. Ey, gibt's das? Ja, sicher, ey. Okay, 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 okay. Nein, der braucht zu lange. So, den einen habe ich. Ja, dich kriege ich auch noch, mein Freund. Und dich kriege ich auch noch. Ich brauche wohl ein bisschen viel Platz immer. Soldatenlotus. Das weiß ich nicht, was das ist. Auch sofort mal nachgucken. Soldatenlotus. Ach doch, halt looten. Ja, hab ich doch schon. Hat dich doch schon. Ah, diese Ragdoll-Kacke, die nervt. Aber ansonsten... Ansonsten ist es schon geil, das Spiel. Da kann man nichts sagen. Also... Wenn man nicht unbedingt gegen so einen doofen Ritter verliert. Der eigentlich voll nichts drauf hat. Was ist da? Egal, was da ist. Wir gehen erstmal hier gucken. Hier gibt's doch bestimmt... Feinde. Wenn du weiße Seelen-Tendenz hast, kannst du weitergehen. Äh, ich kann auch so weitergehen. Wollen wir wetten? Aber bestimmt ist hier gefährlich. Ach du Scheiße, wir sind ja die Drachen. Wie krass das aussieht. Scheiße. Da liegen ganz viele Shinies. Aber das traue ich mir jetzt nicht zu. Das traue ich mir absolut nicht zu. Wenn man weiße Seelen-Tendenz hat. Gefährlicher Feind. Er da, oder was? Oh ne, oh. Da sind ein paar mehr. Jakob. Jakob. Mach was. Ja, genau. Das hat mich auch gemeint, ey. Musst da ja gleich übertreiben. Und ihr? Und wer seid ihr? Wow. Alter. Was ist das? Oh, ich dachte, da kommt irgendwas Großes. Na komm. Na komm. Wow. Wow. Was macht er? Alter. Nee, oder? Der kommt doch schon wieder. So, ihr Arschgeigen. Ah, nein, Doppeltreffer. Sheet, ey. Wie soll ich denn an die vernünftig drankommen, ey? Da ist er schon wieder. Ah! Da hat er wohl gedacht. Dass ich mich nicht traue, hä? Da kommt schon wieder den. Ich weiß nicht, was der Drache macht, wenn ich da bleibe. Okay. Oh, wow, 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 wow Nee, der macht das ja jetzt immer. Nee, jetzt hört er auf. Ach, du Schande, ey. Hier ist es nicht sicher, ja. Ich renne einfach, wenn der jetzt kommt. Wenn der... Also, wenn der nochmal Feuer spuckt. Da ist er. Einfach mal zurückrennen, ich sehe zwar nichts. Ich war schon da vorne, ey. Scheiße. Da ist er. Ah, wer hat mich da getroffen, ey. Gibt's doch gar nicht. So, dich hab ich schon mal weggelockt. Nein, jawohl, abgeblockt. Ey, das ist ja ein Arsch. So, einmal, zweimal und zack. Das war's. Boah, okay. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Boah, nein, ey. Nein, ich trau mich nicht. Da kommt er schon wieder an. Manchmal spuckt er nicht. Ich weiß es nicht, was das soll. So, den haben wir auch jetzt hier. Dann sind da nämlich nur noch... Bam, bam, bam. Nur noch Bogenschützen. Und ein Drache, ne. Komm, wenn der Drache jetzt noch einmal kommt, dann renne ich durch. Wann kommt denn der? Jetzt. Oder auch nicht. Da ist er. Da kommt er angeschossen. Jawohl. Und renn, renn, renn. Ich renn einfach jetzt dran vorbei. Die sind mir... Vollkommen egal. Egal, egal, egal. Wir sind erstmal jetzt hier. Boah. Egal, scheiß auf die. Ehrlich, ist jetzt... Unwichtig. Wir sind erstmal hier. Rechts. Achso, ja, wegen... Links. Geht das hier auf? Nein. Ich würde die ja schon gerne umbringen. Wow, das war knapp. Aber vielleicht verzichte ich auch drauf. So, Hebel ziehen. Ach, das ist die Tür am Anfang. Na, da wartet irgendwas auf uns. Schande. Aber hier geht's auch noch weiter. Aber ich würde sagen... Das geht überhaupt nicht. Gibt's hier gar keine Pause? Keine richtige? Oh, wie eklig. Egal, ich würde sagen, wir machen hier mal eine kurze Unterbrechung. Oder... Ich weiß es noch nicht. Oder gehen wir noch ein Stück weiter. Wir gucken mal ganz... Ganz kurz hier rein. Was steht denn hier? Vorsicht vor der Kreuzung. Ja gut, den müssen wir jetzt nochmal... Den müssen wir kurz weg machen. So, wir haben den Drachen quasi überlebt. Erstmal fürs Erste. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich beende jetzt nochmal die Aufnahmesession. Weil ich noch kurz mal was essen muss. Und danach mache ich genau an dieser Stelle hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Weil, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was diese Zeichen bedeuten. Weil irgendwie bin ich da ein bisschen aufgeschmissen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Rinje hauen. Bis zum nächsten Mal.